Diese hier angebotene E1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Stadtmitte. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 650 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.